Die Ukraine fordert eine Flugverbotszone über dem eigenen Land. Die NATO ist dagegen. Außenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung gegen ein solches Verbot aus Sorge vor einer weiteren Eskalation des Krieges verteidigt. Das sind die Momente in der Außenpolitik, wo man eigentlich nur zwischen Pest und Cholera wählen kann, so die grünen Politikerinnen bei Anne Will im Ersten. Aber man trage die Verantwortung, dass dieser Krieg nicht zu einem Dritten Weltkrieg führe. Ein weiteres Überschwappen dieses Krieges auf Polen, auf die baitischen Staaten, das können wir nicht verantworten. Die Alliierten seien sich einig, dass NATO-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten. So hatte es der Generalsekretär des Militärbündnisses Jens Stoltenberg am Freitag verkündet. Baerbock sagte im Ersten, man habe mit wirtschaftlichen und finanziellen Mitteln und mit Waffenlieferungen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um maximalen Druck auf den russischen Präsidenten auszuüben. Man sei zudem weiter im Gespräch für humanitäre Korridore. Man schaue sich jeden Punkt genau an. Man schaue sich eben mit der Bereit好了.